hallo liebe freunde und swler heute habe ich mal mitgekriegt dass die 50 ohm app für ein handy android verlinkt und man kann hier jetzt sehr schön auswählen farblich dargestellt neu die n klasse kann man hier die ganze schritte aussuchen rubrik für rubrik was man möchte dann kann man hier noch einstellungen machen und e und a klasse kennt jeder am motorfunker der schon die a klasse kennt das ganze die n klasse und ich finde das hier richtig cool gemacht die webseite wäre mal noch schön interessant wenn das auch ein bisschen hier mal noch auswählen könnt mit wie hier beispiel in dark mode ein bisschen wäre interessant zu wissen ob das auch mal kommt auf die webseite und auch hier auf die app weil das ist doch ein bisschen besser für die augen ist finde ich müll sammlung kann man hier auswählen was ja auch man wissen müsste schritt für schritt kann man jetzt nicht weiter rein arbeiten das sollte erstmal so eine kleine info sein für die app oder n klasse mit bei ist und schön dargestellt von der oms und ich finde das wirklich richtig cool gemacht weiter so ich finde das cool von euch in dieser sinne 5573 von delta echo 2 danke romeo foxtrot